Kugel Willi Zielschießen heißt das nächste Level bei Toad's Thrasher Tracker. Leute, herzlich willkommen zurück zu diesem schönen LP. Ach Leute, ich bin gespannt. Auf jeden Fall sieht es gut aus. So noch zwei Löffelchen, dann sind wir vielleicht sogar schon wieder beim Boss, bei dem großen Federvieh. Mal gucken, ob wir das in dem Part gebacken kriegen, aber ich weiß es nicht, weil das Level sieht ein bisschen kompliziert aus und auch gar nicht so einfach aus, nach dem Bild zu urteilen. Ja, das sieht schon ein bisschen tricky aus. So, ich bin mal gespannt, ob wir das gebacken kriegen, so auf Anhieb. Ähm, okay, erstmal muss ich das Ding hier runterholen. Und jetzt will ich keinen dummen Witz mit runterholen hören. So, ähm, was haben wir denn hier? Oh, oh, Diamonds are forever. Sehr schön, ein Edelsteinle. So, jetzt mal ganz kurz abchecken, brauche ich die da noch für irgendwas? Ah, das will ich mal hoch machen, weil, äh, da ist ja noch ein Blumenteil gedingst. So, was haben wir denn hier jetzt für den Spaß? So, das können wir mal abschießen. Okay. Und das da auch und das da, genau. Dann gehen wir da drauf und gehen wir da hoch. Okay, bis jetzt habe ich voll den Plan am Stüssel, die. Äh, zack. Aber hier gibt es sonst nix, ne? Äh, ich glaube nicht. Okay, was war hier da? Hä? Äh, ah ja, okay. Dann gehen wir mal da runter. So, kann ich hier irgendwie... Oh, da unten ist auch ein Diamond. Da komme ich von der anderen Seite hin? Hä? Wie komme ich schon an diesen Diamond ran? Ach so. Aha. Don't trickse ich mich aus. Ich kenne alle eure Tricks, Leute. Ihr könnt mir nix vormachen. Außer, wenn ich in den Tod springe. Dann natürlich irgendwo schon. Das war Fail. Okay. Da schwinge ich große Reden. Und dann falle ich mal wieder natürlich in den Tod. Ja, es geschieht mir irgendwo recht. Ja, ich sollte aufhören, so eine große Klappe zu haben. Aber manchmal, manchmal ist es so einfach. Und dann denkt man sich nichts Böses und stirbt. So, zack. Bams. Okay, wir kennen den Weg ja mittlerweile. Wir haben ja schon zwei Diamonds. Alles ist cool. So, zack. Diesmal fallen wir... Ich dachte, ich kann da langlaufen. Irgendwie dachte ich, ich kann da langlaufen. Keine Ahnung, wieso ich das dachte. Ähm, okay. Moment. Hä? Ach, da oben der Kollege. She... Ja, ja, Gott. Ganz schlechte Idee, was ich gerade hatte. Moment. Oh, Moment. Komm ich hier noch mal lebend raus? Oh Gott, das war knapp. Da hätte ich mich beinahe fast selbst hier wieder zum Kanonenfutter gemacht. Das war knapp. So, jetzt, äh, dich da rüber. Bitte mal freischießen. Da kannst du wieder abhauen. Irgendwo muss auf jeden Fall noch... Wow. Äh, brauche ich erstmal nicht. Da ist noch was. Aber hier... Moment. Ist auch noch was. Okay, nur... Es sind nur Münzen. Okay. Das ist ja jetzt nicht so cool. Äh... Okay. Okay. Ah, ja. Okay. Okay, okay, okay. Sorry. Wow. Oh Gott. Oh Gott. Too much schützen. Wollen mich doch alle umbringen hier. Ich seh's doch. Warum wollen mich immer alle umbringen? Was hab ich denn getan? Äh... Okay, Moment. Oh, Moment. Darüber. Schnell. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Das ist alles ein bisschen gefährlich hier, hab ich das Gefühl. Äh... Aber wir haben noch einen Pilz übrig gelassen. Guck mal, wir waren... Wir waren clever und haben vorgesorgt, dass wir die Pilz... Daddl, die Pilze einsammeln. Gott, ja Gott, ja Gott. Das tue ich. Was tue ich manchmal? Ich mache hier ganz merkwürdige Dinge ab und zu mal. Äh... Wie komme ich denn jetzt eigentlich... Da hoch? Achso, über... Ah... Verdammt. Da war ich quasi schon... Oh ja! Da war ich quasi schon am Ziel. Und hab das total verpeilt mal wieder. Das heißt, ich kann ja quasi wieder da runter springen. Moment. Zack. Zack. Moment. Dich. Dich. Nein, Dich. Dich. Äh... Und Dich so. Genau so ungefähr. Und dann nochmal. Zack. Zack. Und... 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 Zack. Und... Und... Zack. Genau. Ich hab voll den Plan, Leute. Und jetzt geht's da hoch. Und dann geht's da lang. Und wir haben's geschafft. Wir sind geil. Ihr, ihr... Oh, Mann. Das war doch gar nicht schwer. Oh. Easy, Leute. Alles easy, Leute. Ach ja. Geheimen Goldpilz einsammeln. Nö. Hab ich jetzt keinen gefunden. Nein! Oh. Ich wollte doch gar nicht mehr nochmal da rein. Sorry, Leute. Das wollte ich gar nicht. So. Zack. Und... Äh... Tschüss. Tschüss. So. Was haben wir als nächstes am Stadl? Rotation der Luftstation. Voll die Reimer am Start. Die... Die Rappers. Hier. So. Jetzt mal was trinken, Leute. Moment. Mh. Mh. Ah. Das sieht kompliziert aus. Ähm. Okay. Hä? Oh Gott. Ich seh's kommen, dass ich hier alles drehe. Ja. Wo kommst denn du her? Wow. Warn mich doch bitte wenigstens vor, bevor er auf mich zufliegt. Gott. Die hab ich jetzt echt nicht gesehen. Äh. Was... Was passiert hier? Kann ich hier den ganzen Raum drehen? Ja. Okay. Ah. Moment. Komm mal her. Komm mal her. Schieß mal her. Komm. Bitte. Bitte mal hier. So dran. Dankeschön. Das war schon mal sehr freundlich von dir. Und jetzt... Äh. Garde. Na. Man kann das ganze Level einfach drehen. Das ist so... Strange. Ähm. Moment. Ich kill einfach mal dich damit. Einfach mal so. So. Müssen wir aber trotzdem gucken, dass wir die restlichen Diamonds noch finden hier. Okay. Hier ist einer. Das kann man ja echt auf vier Arten und Weisen hier drehen. Das war aber Nummer zwei. Und wenn man so nichts verpasst, Leute. Das ist schon mal ein sehr gutes Zeichen. Hier scheint es nichts zu geben. Hier scheint es auch nichts zu geben. Und... Es gibt in meinen Augen alles keinen Sinn. Moment. Ich muss nochmal auf die andere Seite. Japp. 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 Nein. Die warten wir nochmal ab. Äh. Okay. Wo ist der... Ja. Ahamba. Mann. Oh. Wo ist der letzte Diamond? Pilz? Oh. Wie lieb. Oh. Guck mal. Da verliert man die Energie. Und dann kriegt man sie gleich wieder. Ist das nicht ein nettes Game? So. Hier irgendwo vielleicht noch... Irgendwas Relevantes? Hinter dir vielleicht? Hier drin? Nein. Ah Gott. Ne. Hier war schon mal nix. Okay. Äh. Drehen bitte einmal. Okay. Hier waren wir schon. Hier ist nix. Hier waren wir auch schon. Ah. Moment. Genau. Von der Richtung. Das war auch hier alles... Nix. Nix verpassen und so. Lamp. Bam. 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 Vielleicht ist hier mal letzter Stone drin? Ah Gott. Stoney? Ja. Okay. Sehr geil. Äh. Wo ist der Stern? Ich hab den Stern noch gar nicht gesehen, oder? Ah doch da hinten, hä? Okay. Wie komm ich da hin? Äh. Okay. Ach so. Moment. Momento. Oh Gott. Kann man den eigentlich überhaupt ausweichen? Die treffen einen immer. Was ist denn los? Voll unfair. Okay. Jetzt drehen wir das Ding so. Genau. Jetzt muss ich quasi nur noch zurück und hab's geschafft. Hoffen wir's mal, dass es so einfach wird. Weil jetzt sind ganz viele Piranhas. Please don't attack. Please. Aber Leute. Wir haben's geschafft. Ist doch alles egal. Yeah. Level complete. Level complete. Und auch die Piranhas konnten uns nichts anhaben. Piranhas. So. Kein Schaden erlitten. You know. Ah. Nee. So. Mission rettet den Captain. Das ist immer eine gute Mission. Kampf auf den Turmspitzen. Leute. Let's go. Oh. Das sieht geil aus. Das ist gar nicht wieder so ein Vogellöffel. Da wollen wir den guten Toad mal retten. Ja. Toadet. Jetzt bist du an der Reihe, mal was cooles zu machen. Und jump. Hier war ja sonst nix mehr, glaub ich. Okay. Die Mucke ist geil. Wow. Das war sehr dämlich. Was tue ich denn hier grad? Gott. Sollte aufhören, so komische Dinge zu tun. Okay. Moment. Da hinten waren nur Münzen, ne? Ja. Tut mir leid. Das war total unkoordiniert und doof drauf losgerannt. Äh. Nochmal ein besser. Aber hier war echt nix, ne? Nee. Ich glaube nicht. Böms. Das sieht auf den ersten Blick so easy aus. Moment. Ich mach jetzt hier Trick 17. Okay. Dachte er immer, rennen einfach mal durch und sind cool. Hat nicht so ganz funktioniert. Okay. Und da hinten ist ne... Okay. Wenn ich jetzt da reingehe. Okay. Moment. Das, das, das weiß ich. Dann links oder rechts drücken. Dann. Ich hab' doch gedrückt. Ich hab' doch gedrückt. Wie unfair. Ich hab' gedrückt. Ich hör' mich jetzt alle mal killen. Bamster. Bamster. Jamster. Camster. Don't fuck with the Misch. So, Moment. Muss ich ihn eigentlich killen? Ich kann ihn gar nicht killen, oder? Wow. Auf jeden Fall hat er keine Chance gegen mich alleine. Was will ich denn ausrichten? Da hat doch nix... Hat doch nix der Typ. So, zack. Ah, doch. Man kann ihn killen. Wah! Gott. Angst. Zustände. So, jetzt, Moment. Jetzt das Teile ist holen. So, zack. Haha. Nummer eins. Äh, was? Hoch geht's. Nein. Was ist das... Was zur Hölle tust du da? Ah, Moment. Wir müssen eigentlich eh runter. Wir müssen ja da hinten lang. Zang. 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 Mann, das geht voll ab hier. Äh, okay. Bam! So, wo ist denn mein nächster Gegner? Was ist denn... Oh Gott. Carmex. Nose. Please don't do this bleed. Ach so, das ist der Spaß. Okay, das ist... Wow. Das ist tricky. Äh, was führt denn hier zu was? Das verwirrt mich alles so sehr irgendwo. So, nochmal eins. Du machst auch hier den Dreher? Okay, nochmal zwei. Das war doch ganz simpel, Leute. Ist hier doch irgendwas versteckt vielleicht irgendwo hier in der Röhre? So ein Diamond drin oder so? Nein. Nein. Okay. Hier irgendwo darf ich nichts verpassen. Wann scheint ist da nichts? Ah, hier ist schon ein Diamond für mich. Du hast ein Diamond für mich? Oder du bist ein Diamond für mich? Du hast einen Pilz für mich. Hast du ein Diamond für mich? Hallo. Hallo. Ah, da ignorier mich halt. Mann, wie fies. Kannst du dich irgendwie wecken? Moment, da geht's doch runter. Hab ich doch gesehen. Aber das hab ich doch mal richtig gesehen, Leute. Ihr könnt mir doch hier sowas nicht... Na ja, nicht mit mir. Nee, 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 nee. So. Zack. Und Pam. Okay, ich würde sagen, wir sind gleich an der Spitze gelandet, Leute. Ganz viele weise Vögel. Friedenstauben. Friede, Leute. Peace und Frieden. Ich bin gespannt. Es wird keinen Frieden geben. Es wird Mord und Totschlag geben wahrscheinlich. Und da drüben ist er ja auch schon der gute Tony. Hier. Ähm. Da, Leute. Ihr seid ganz schön schnell unterwegs. Moment, Moment. Don't do this. Blieze. Blieze. Komm her. So. Ähm. Hä? Kann ich euch killen? Muss ich euch killen? Kann ich euch? Darf ich euch? Das geht nicht. Äh. Leute, ernsthaft. Verschwindet. Jetzt mal. Ernsthaft? Oh. Ach so. Hier. Hier so die Richtung werfen. Moment. Ich muss diese Gumbas wieder weglocken. Sonst wird das überhaupt nichts. Wow. Er trifft mich ja fast. Gott. Du bist ja voll der gute Hammerwerfer, Bro. Können ja mal alle weggehen von dem Eingang. Ich will doch bloß. Wieso alle an den Eingangsbereichen rumklettern. Das gibt's doch nicht. Okay. Das war blöd. Okay. Das war eindeutig ein bisschen blöd. Aber okay. Hier war der Checkpoint. Schon mal viel wert. Dann halt nochmal. Auch wenn ich jetzt nicht so ganz verstanden habe, was da abgeht. Nicht, dass dieser Hammerwerfertyp jetzt wirklich die ganzen Blöcke kaputt machen muss. Damit ich meinen letzten Diamond kriege. Das fände ich ein bisschen uncool. Oh Mann, Alter. Okay, okay, okay. Was? Warum kommt der da runtergesprungen? Wer hat denn das gemacht? Ich dachte, die können da nicht runter. Ich dachte, die bleiben da oben. Und dann springt er einfach runter. Und tot. Und dann. Och, ey. Habt ihr die Mucke? Ist cool. Hallo, Toadie. Na, alles fit und so. Ja, komm. Dann werf halt mal hier hin. Werf die doch mal kaputt hier. Nein. Dann werfst du halt nicht kaputt. Dann geh ich halt da hoch. Komm her. Ihr Goombards. Ah Gott. Gerade so geschafft. Okay, okay, okay. Jetzt aber alles cool. Der kommt jetzt nicht da runter. Was zur Hölle ist das eigentlich hier? Ernsthaft? Äh, ich bin verwirrt. Da ist der letzte, da ist der letzte Dingens. Oh. Ich muss also wirklich mit dem Hammerwerfer irgendwie dahin. Oder kann ich hier irgendwas machen? Moment. Ach so. Oh. Nein, ich will, ich will da hinten hin. Da will ich hin. Äh, Moment. Okay, man kann auch hier einfach den Edelschein so holen. Oder auch nicht. Moment. Äh, wo ist meine Kamera? Doch, geh doch. So. Moment, ich mach mal alle Viecherblatt hier. Weil ich hab irgendwie Angst, dass die mich töten. Alter, ist das Ding groß gewesen. Scheiße. So, zack, zack. Zack. Haha. Ihr werdet alle sterben. damit ich hier ganz in Ruhe mein, mein Zeugs erledigen kann. So, ist hier noch irgendwas drin? Nee, ne, hier war auch nichts mehr. So, zack, zack. So sind jetzt alle kaputt. Alle kaputt. Da hinten sind noch welche. Die mach ich auch noch kaputt. Komm schon. Treff. Okay, einer ist down. Oh, ich muss die sogar down machen, glaub ich. Haha. Ja, musste ich sogar down machen. So, äh. Das war alles hier, glaub ich, ne? Jetzt kann mir eigentlich nichts mehr passieren. Toad, hier bin ich. Ich save dich. Oh, yeah. Sehr cool. Wir sind voll klein. Oh, wie cool. Wir haben Toad gefunden. Jetzt sind sie beide wieder vereint und glücklich. Ach, ja. Ich habe ein gewisses Déjà-vu-Erlebnis. Leute, Fortsetzung folgt, ja. Okay. Aber wir haben es komplett geschafft, würde ich sagen. Mit allen, mit allen Edelsteinchen das Kapitel beendet. Sehr schön. Wir haben jetzt Kapitel 3 oder Episode 3. Okay. Okay, Leute. Yeah, 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 yeah. Dan, bam, bada. Episode 3. Und hier haben wir eigentlich noch was Neues hier schon freigeschaltet. Nö, nur Super Mario World, das eine. Man hat noch viele andere geile Games drauf. Man stellt mal frei hier. Ach, ganz nebenbei, glaub ich, dieses Spiel hat auch eine Amiibo-Funktion. Oder er bekommt bald eine. Oder irgend sowas. Und da kann man so Toads finden in den Level. Ich habe eh vor, mir diese Toad-Amiibo-Figur zu holen. Dann können wir das vielleicht mal ausprobieren noch. Mal gucken, mal gucken. Ähm. Ansonsten, Leute, ja. Ihr habt es ja gesehen. Jetzt ist die gute Toadette wieder entführt worden. Und der Toadie muss sie wieder retten. Und dabei alle Sternchen einsammeln. Und irgendwie, wie gesagt, das ist jetzt storymäßig nicht so pralle. Aber darum geht es ja bei Nintendo-Spielen eh in den wenigsten Fällen. Deswegen, Hauptsache das Gameplay ist cool. Und es macht Spaß. Und das ist bei Nintendo-Games ja fast immer geboten. Von daher, Leute. Ich würde sagen, ich weiß gar nicht, wie viel kommt eigentlich noch. Wir haben jetzt Episode 1 und 2 abgeschlossen. Ich habe so das Gefühl, es könnte bei 3 schon enden. Oder ich weiß es nicht. Oder es kommen halt noch. Keine Ahnung. Leute, das war es auf jeden Fall für heute mit Toads Treasure Tracker. Wie gesagt, im nächsten Part geht es dann mal wieder weiter mit dem guten Toad. Und bis dahin würde ich sagen, wünsche ich euch mal wieder einen wundervollen, schönen Tag. Und wir sehen uns das nächste Mal, wenn es weitergeht. Also, Leute, haut's rein und bis dann. Tschau'sen.